Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Schulze. Ich bin die Spitzenkandidatin der Bayerischen Grünen für die Landtagswahl am 14. Oktober. Und du willst wissen, warum ich Politik mache? Dann schau dir das Video an. Hier am Christoph-Rubs-Gymnasium war ich lange Jahre Schülersprecherin und habe gelernt, was Zivilcourage bedeutet und wie wichtig es ist, füreinander einzustehen. Und natürlich musste ich mich einmischen, denn ich kann ja meine Klappe nicht halten. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Rücksichtslosigkeit und Demokratiefeindlichkeit immer mehr zunehmen, braucht man einen klaren Kompass, wie wir zusammenleben möchten. Meine Schulzeit hat mich zu einem politischen Menschen gemacht. Mit meiner Familie war ich oft hier einkaufen. Schon von klein auf wurde mir beigebracht, wie wichtig gutes Essen ist. Und jetzt? Jetzt setze ich mich im Landtag dafür ein, dass unsere Lebensmittel nachhaltig und gesund hergestellt werden. Ist es hier nicht unglaublich schön? Hier am Ammersee bin ich aufgewachsen. Aber nicht nur hier ist es schön, sondern in ganz Bayern gibt es so viel schützenswerte Natur. Und das ist auch der Grund, warum ich bei den Grünen bin. Unser bekannter Plakatspruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, der packt mich immer wieder. Weil genau darum geht es doch. Wir müssen die Welt retten. Ich kämpfe mit Leidenschaft, für Umwelt- und Klimaschutz und für eine gerechtere Welt. Mir ist es wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu diskutieren, damit wir als Grüne mit unseren Ideen für eine bessere Welt überzeugen. Ich möchte, dass Bayern das digitalste Bundesland wird, in dem die Menschen die Chancen der Digitalisierung sicher nutzen können. All meine Erfahrungen haben mir Lust auf mehr gemacht. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten, mehr Verantwortung. Ihr seht, es gibt viel zu tun. Packen wir es an und übernehmen wir Verantwortung für unser schönes Bayern. Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden. Wir sorgen dafür, dass Frauen endlich die gleichen Rechte und Chancen wie Männer bekommen im Jahre 2018. Wir verteidigen die Demokratie und stärken unser Europa. Du willst es auch? Dann wähle es! Und zwar am 14. Oktober mit beiden Stimmen grün. Und zwar um 15. Oktober mit beiden Stimmen grün. Was er Promise already im Auftrag von der Erfurt, in der Küche, als in der Küche, zur Geburt unite haben. Ich bin ja schon ein Kurzem. Ich bin ja auch wichtig, weil mein подумeschön. Ich bin ja schon. Ich werde mich nicht nur auf dem einen Stall. Ich werde mich überraschen.